Das ist eine angenehme Reise und viel Spaß, dann wollen wir mal, dann schauen wir mal. Fangen wir mal an, langsam anzuschauteln hier. Ah, ganz locker und flockig, ne? Wie sieht es denn auch, seid ihr gut drauf? Hallo Freunde, hat man euch den Mund zugeklebt oder was? Grasheim, seid ihr gut drauf? Ja, dann können wir mal loslegen, ja. Wir rufen um die Popelt, jetzt geht's aus Ja. Ach, das ist ein Tempo, super. 21 Meter hoch hinaus mit euch. Tschö, super. Das Gewäch, das Langlone. So ihr Schlafmützen, wie sieht's aus? Wollt ihr nochmal? Ja. Ich frag jetzt das letzte Mal und wenn ihr immer noch so leise seid, halt ich an. Letzter Versuch. Wollt ihr nochmal? Ja. 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 Den linken Fuß nach oben. Den rechten Fuß nach oben. Links, rechts. Links, rechts. Jetzt den rechten Arm nach oben. Den linken, die Zunge aus und gut zusammenreißen. Bis zur Vierdrehen. Ja. Das ist's. Ja. Da ist das Lied. Wollt ihr euch. Dann drinnen. Das ist das Lied. Ja. Ja. So Freunde, alles Schöne hat aber auch ein Ende, das gilt auch für euch, wir setzen zur Ramona, ihr habt es geschafft, jetzt seid ihr offiziell Piloten, wir schmeißen den Anker, Neue Fahrt, Neue Reise bitte schon. Jetzt schon wieder die nächsten Tickets, wenn es heute nochmal war, denn morgen sind wir nicht mehr da, letzter Tag, letzte Gelegenheit hier, auf geht's.